Okay, okay. In dem Sinne habe ich jetzt nicht verstanden. Gehst du wohl auf? Ach, guck mal. Kann man ihn nicht nehmen, oder? Ne. Schade. Ja. Entschuldigung. Das hat mich verletzt. Es sah viel älter als die 4. Jahrzehnte Struktur, die wir erwartet hatten. Der Gewichtfluss hat erlacht. Ich bin verletzt. Immer diese langen Briefe. Und er war gefangen. Okay, das wissen wir jetzt. Also nichts. Ne. Okay. Ja, gut. Vielleicht muss ich wohl Räume es hier gibt. Ach du Kacke. Na, du. Alles klar. Ach guck mal. Öl. Ja gut. Dann. Wo müssen wir denn hin? Okay. Boah. Was war das denn jetzt? Diese Geräusche. Diese blöden Geräusche. Oh, eigentlich ist ja ein Geheimgang. Dann müssen wir durch. Boah. Oh, Gott. Der letzte Brief. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein, tu es nicht. Toll. Ich habe ein Problem. Es war erne. Ich war's. Ich bin sechs. Ich gäng zu Boden. Nachbinden, um Luftwör herzöser? Ich versuchte dir, ob auch aufzuhören. Es war ein Blüter Blüter. Mein Spiegel ist schwer zu tragen. Aber ich habe versucht, mich nach der Entschlösung der Licht. Es war für mich, das Entschlöte mich. Ich fühle mich auf die Mystische Licht. Ja. Oh Gott, ey. So, ich glaub, die Wand hier meinte er, oder? Zwar zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Ach, wat. Ja, also. Jetzt hab ich magische Ende. Du musst swift sein, wenn du den ersten aktivierst. Du hörst das? Wenn es stoppt, musst du wieder beginnen. Ist das alles ein bisschen... exzessiv? Du kannst nie zu sehr vorsichtig sein. Okay, irgendwas aktivieren. Und da muss ich schnell sein. Irgendwas aktivieren, was soll ich denn hier aktivieren? Oh, mein Gott. So. 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 drinnen jetzt müsste hier aber keinst mehr da geschafft die geht nicht okay okay gut ein schlüssel da kommt jetzt keiner können wir also in den weinen kennen Wilhelm und seine dummköpfe haben meine forschungen lange genug gefährdet mit mit ihrem selbst vergessenen umhang den umgang mit den menschlichen gewesen der schultheist hält ein wachsames auge auf den wald und tötet meine getreuen bediensteten es ist nur eine frage der zeit bis sie die spur nach brennenburg folgen hier muss Wilhelm und seine männer weg sperren um weitere untersuchungen von der öffentlichkeit zu vermeiden der weinkeller wird daher verschlossen bis die sache geklärt ist entweder gehen die männer mit des königs oder sie werden hungern was auch immer zuerst eintritt meinetwegen können sie verrotten vielleicht werde ich ihnen etwas wein zu trinken geben das wird ihnen in gewisser hinsicht beide probleme lösen abführen oder was mit wein aus dem 30.000 jahre alten keller ok jetzt gehen wir zum weinkeller wenn jetzt hier nicht irgendein spacko auftaucht vatma 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 weg ich will weg auf weg hingegen ist bis jetzt hier na toll wie kommen wir jetzt hier raus warte mal da war doch eine tür ach guck mal aber hier waren wir doch schon sie rührt sich nicht natürlich rührt sie sich hier da rührt sich doch mensch okay okay das ist also die krektur von der typ sprach okay Kann ich jetzt hier rein, ohne dass es mir über den Weg bleibt? Oh, hier geht es glaube ich raus. Ja, okay. Dann jetzt zum Weinkeller. Alles klar. Da finden wir dann jetzt glaube ich... Wenn ich das jetzt... Ja, au. Au, au, au. Ah, ja okay, mein Gott, ich lau ja schon ab. Immer so Gewaltheite hier. Also in dem Weinkeller finden wir dann jetzt Zutaten für das Gefäß hier. Und dann können wir glaube ich da hinten durch die Tür. Oder da unten. Mal schauen. Nein, das ist vor dahinten. Also bis jetzt. Chemie. Weinkeller. Okay. Achso, ja. Peng. Auf, in den Weinkeller. Jetzt holen wir uns in den Koma. Der Weinkeller. Okay, was finden wir denn jetzt hier überhaupt? Außer die Zweckzutaten. Wer geht's? Wer geht's? Wer geht's? Wer geht's? Wer geht's? Wer geht's? Oder zumindest bis morgen? Hahaha. Hier ist die erste zu deutschen. Supret oder Kubret. Hää. Nein, der sperrt mich jetzt nicht ein, oder? Okay. So. Da kann man nix mitnehmen. Ich glaube, die kann ich gebrauchen. So, jetzt gucke ich auch nix. Ich traue diesen dunklen Keller nicht. Boah, was ist das denn? Ach, schau mal da. Oh. Gott. Und jetzt, was mache ich jetzt? Ach, schau mal. So, okay. Okay, aber wie fülle ich jetzt die... Beziehungsweise muss ich mit den Zutaten ändern? Und rein? Hm. Ne. Da müssen wir irgendwas finden, was das... Muss man das jetzt überhaupt zusammenmischen? Also ich hab jetzt gerade keine Ahnung. Sind in der Wüchse. Komm schon. Komm schon nicht, oder? Hm. Nee, nee. Ja, okay. Ja, okay. Ich hab jetzt gerade nicht wirklich aufgepasst. Aber wie macht man das denn jetzt? Ja. Genau. Irgendwie müssen wir doch jetzt hier... Ich glaube, ich mach aber mal die Lichter ja an. Sonst... Ist gleich mal die Laterne wieder leer. Äh. Ach, hier muss irgendwas sein. Steine. Ja, ich mache. Okay. Bedingtame. Jetzt kann man mit der Ecke spielen. Ne, aber trotzdem müssen wir jetzt... Warte mal, kann man die? Natürlich kann man die verschieben. So, Herz da, muss ich durch. Lass mich stecken, wisst. Aber trotzdem geht's da oben doch. Da hab ich doch was gehört. Was greife ich denn da überhaupt? Oh, mehr. also ich weiß da ein stein den ich gerade gekriegen habe ich wollte müssen hochstellen Komm mal her. So. Oh, ich glaube, das Holzbrett. Natürlich, oder? Ja, okay, das geht nicht. Wir müssen irgendwas finden. Aha. Ach, guck mal. Das ist ja ein Ding. Torshammer. Tuff, tuff, tuff. Ich hau dich, bin ich weich. Das müssen wir eigentlich da rauskommen, oder? Nee. Nee. Das weg. Das weg. So. Das wohl da durch. So. Und jetzt das Ding. Ja. Tanz mit mir. Tanz durch da. Ja, gut. Okay. Grüne Flecken. Gut. Geht doch auf, Mensch. Oh, Gott. That. So. Ja. Ich spiele ausде realizes, das Ding. Also. Ich spiele aus. Komm mal da hoch oder was ist mal jetzt hier? Nee. Oh Gott. Es ist zu viel. Dann gucken wir mal weiter. Da ist doch noch was oder? Ja natürlich. Das nehme ich auch noch mit. Ich glaube... Nee, da kommen wir nicht raus. Ja, aber was machen wir jetzt? Ja. Ja. Ja.